Hallo mein Name ist Julia, ich bin von der Pfadfindergruppe Miestelbach. Bei uns gibt es die Kinderbetreuung für Kinder von 6 bis 18 Jahren und ich leite die Wichtel, das sind die Mädels im Volksschulalter von 6 bis 10 Jahren. Was machen die Pfadfinder? Allgemein fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wir machen voll viele Sachen, wir gehen in die Natur, wir entdecken Pflanzen, die verschiedensten Blumen. Was auch noch typisch ist für unsere Pfadfindergruppe in Miestelbach ist, dass wir uns sehr in der Gemeinschaft einbringen. Wir machen viele Veranstaltungen, was auch für Nicht-Pfadfinder eine super tolle Aktivität ist, wie zum Beispiel der Nikolausumzug oder der Kinderfasching im Jänner oder auch das Maibaumaufstellen, das sind alles Brauchtümer, die ja üblich bei uns sind und wo wir uns immer gerne engagieren dafür. Man muss halt betonen, dass es wirklich eine ehrenamtliche Arbeit ist, die trotzdem auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber man muss auch betonen, dass es eine wirklich schöne Arbeit ist, weil man sieht, die Kinder wachsen, man erlebt voll coole Sachen mit ihnen und ja, man sieht, wie aus kleinen Kindern tolle, selbstbewusste Erwachsene werden. Die Pfadfinder machen wirklich viel Spaß und Freude und wenn du jetzt Lust und Laune hast, dann schau dir die Pfadfinder an. Es sind noch gerne Quereinsteiger gesehen oder helfende Hände, die uns bei jeglichen Veranstaltungen unterstützen wollen. Also jeder ist gerne willkommen und kommt vorbei.